Hallo Leute, in diesem Video stelle ich euch einen richtig coolen Syria-Tweak vor. Und zwar nennt sich der My Assistant. Mit diesem Tweak könnt ihr, wenn ihr Siri habt, geht aber auch mit Spire, da könnt ihr sehr viele Funktionen für Siri einstellen. Zum Beispiel, wenn ihr jetzt sagt, dass das WLAN angeschaltet werden soll oder ausgeschaltet werden soll, dann wird das über Siri ausgeschaltet oder angeschaltet, je nachdem. Der Tweak My Assistant kostet bei Syria 99 Cent und ist das Geld aber auf jeden Fall wert, wie ich finde, denn man kann mit dem Tweak sehr, sehr viel machen und ja, das zeige ich euch jetzt mal. Wenn ihr euch dann runtergeladen habt, findet ihr in den Einstellungen, My Assistant. Wenn ihr da rauf geht, könnt ihr da sehr viele Einstellungen vornehmen. Und zwar bei System Toggle ist, da könnt ihr jetzt zum Beispiel, ich habe da schon mal ein paar Sachen eingetragen, wenn ich jetzt sage Netzwerk aus, dann wird das WLAN ausgeschaltet. Da ihr ja hier eintragen könnt, was ihr wollt und deswegen geht das auch super in Deutsch und nicht nur in Englisch, weil sonst funktionieren die ganzen Siri Tweaks nur auf Englisch, aber da ihr hier eintragen könnt, was ihr gerne da haben wollt, geht das natürlich auch in Deutsch. So, wenn ich jetzt sagen würde Netzwerk aus, ihr seht hier oben ist das Netzwerk ja noch an, dann sollte das WLAN ausgehen. So, wir sehen können, das Netzwerk hier oben ist aus. Er hat Netzwerk aus erkannt und es steht, All right, turned Wi-Fi off. Ja, finde ich sehr gut und ja, jetzt zeige ich euch noch weitere Sachen. Bei Commands, da könnt ihr halt hier Sachen wie WeSpring, Reboot, Power Off oder sowas machen. Bei Activator Events, da könnt ihr hier eigene Sachen einstellen. Zum Beispiel, ich mache hier jetzt mal auf Add Item und sage jetzt, er soll... So, ich habe jetzt hier ausgerät, sperrt Gerät. Und wenn ich jetzt sage Test, dann sollte einfach das Gerät gesperrt werden. Yes? Test. Ja, wie ihr sehen könnt, das wird sofort das Gerät gesperrt. Funktioniert wunderbar. Unter Custom Replace, da könnt ihr dann eine eigene Frage eingeben, die dann, wenn ihr diese Frage stellt und dann macht ihr hier eine Antwort. Und wenn ihr diese Frage stellt, dann antwortet halt Siri mit dieser Antwort, die ihr hier eingegeben habt. Bei Siri UI könnt ihr da halt ein eigenes Foto auswählen, wenn ihr auf Enabled geht. Und dann könnt ihr auf Select Photo, ja und da könnt ihr dann halt auswählen, welches Bild als Siri Hintergrund genommen wird. Ja, das ist eigentlich die App My Assistant. Ich finde, es ist eine sehr gute App. Über die Activator Events könnt ihr natürlich sehr viele Sachen machen. Wenn es hier oben nämlich bei System Toggets nicht funktioniert, dann könnt ihr es einfach über die Activator Events machen. Da funktioniert es auf jeden Fall. Wie ich finde, ist diese App das Geld auf jeden Fall wert. Und ja, das war es von dem Video von mir aus. Ich wünsche euch viel Spaß mit der App. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.